Schaukeln können wir nicht. Aber einen Ball. Ich habe Lust, los gegen den Ball zu reden. Ich gehe schon gucken. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen fünf Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Na komm. Das tun wir. Das war wohl nichts. Du könntest auch mal helfen, Ida. Ida, du bist der Beste. Immer doch. Ich höre es dir. Voll im Gesicht gebrochen. Hey Jodie, willst du mitspielen? Unbedingt. Ja, schnell, versteck dich. Du wirst an uns eingeseitzt. Ich gehe auf. 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 Du kriegst mich nicht. Er versteckt dich da hinten. Treffer. Hey. Komm, mach. Du bist ein Beste. Hey, das ist fies. Au. Ich gehe auf. Ich gehe auf. Okay? Ich schwör es dir. Au. Das wirst du vor rein, Fiesling. Sie sind drauf von hinten. Er versteckt dich da hinten. Au. Guck, ihr Nasen. Alle auf mich. Hahaha. 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 Komm. Wirf schon. Na komm. Schneeber Schlacht. Yay. Nein. Ich krieg ich. Nein. Nein. Ich wollte dich. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein. 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 Stopp. Ach, nö. Nein. Das werden wir nicht machen, oder? Ich geh mich mal hier umschauen. Ähm. Ich geh mal hier gucken. Wir müssen, oder? Ach, nö. Guck mir die Mülltonne an. Guck mir das Auto an. Ach, Mensch. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Karen in Mandy. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Der verbrennt sich auf dem Lagerfeuer. Wir gehen heim. Komm. Komm mit. Auf dem Lagerfeuer wird nicht gehen. Scheitthaufen. Scheitthaufen, dass wir etwas gesucht haben. Auf die Scheitthaufen mit der Hexe. Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, diesmal geht 30 Jahre alt. Nein, nein. Du hältst den. Der scheiß Vater. Geh in dein Zimmer. Jetzt. Wirst du deinem Kind nicht wehtun. Was für ein mieser Vater. Wirst du nicht laufen, Schatz? Wirst du nicht laufen, Schatz? Wirst du nicht laufen, Schatz? Morgen früh sieht alles anders aus. Glaub mir. Sowas kann ich nicht sehen. Gute Nacht. Ist das dreckig. Mami. Ich habe Angst vor den Monster, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Komm, schlaf jetzt, Süße. Oh. Was machen wir mit Terror mit... ... mit Aiden? Geh weg, ich hasse dich. Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind. Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philip. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Ich folge dem Kurs. Susan, das ist ein Monster. Ist mit einig, wenn wir schlimm. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Nein, das sind so böse. Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wie Susan fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan. Aber nicht sowas. Nicht den Drehsack. Nicht sowas. Irgendwie, den mach ich nicht. Seine Tochter droht. Wenn es, wie es jetzt gerade klingt, nicht wirklich sein Tochter ist. Aber trotzdem. Adoptiert oder nicht adoptiert. Das Kind, um das du durchführen musst. Es dreht sich hin und her. Boom! Das ist so der Moment. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ich fühle dich gut. Oh, die Scheiße. Das ist aber nicht Eiden. Daidee! Lass mich. Und den Exorzisten. Johnny! Ist alles okay? Was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Ich habe ihn mal den ihrer Freund geschlossen. Okay, kein Keks. Ich habe keinen Keks gegessen. Ich hätte einen Keks kriegen können. Auch Meldungen. Garage rechtzeitig verlassen. Ja, da wäre wahrscheinlich was passiert, wenn wir uns noch mehr umgeguckt hätten. Mit Aiden und wie Chaos gemacht. Und die Monster, die wir jetzt hier haben. Gut benommen. Okay. Es hätte noch einen Weg gegeben, Rebellishot zu sein. Wenn wir das TV später gemacht hätten. Wenn sie uns gefragt hätten, ob wir noch mehr aufgehoben hätten. Und dann später noch gemacht hätten. Und vielleicht Schubkötterung übersehen. Was? Es gibt eine Schubkötterung mit Sachen drin. Die Kondensatung. Und langsam wird es der Zeitstrahl fördern. Jodie. Wach auf. Na? Was? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Aha. Die GPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infra-Welt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? So Eidenswelt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht unterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst. Und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Oh okay. Das wird jetzt hart. Weiter fahren. Wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich will es nicht machen. Ich tue es. Und weg. Dann machen wir was halt. Keine Klo. Keine Klo. Ich hab gehört, sie können hier nicht durch. Sie können durch. Ach, Entschuldigung. Na los, ich bin bereit. Noch nicht? Wir warten noch auf den Buffet. Was lass die Kleine? Welche? Wie klein? Das ist ein Alpfraum. Gibt alles keinen Sinn. Na dann. Die ganzen Opfern vorbei. An die Verletzten. Ach, Scheiße. Dann wollen wir mal. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was wir hier sagen konnten. Ich hab ihn nicht an, wie vorbeigauf und sehen. Jodie. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge, ich hab nicht vor zu sterben. Na dann, los geht der Rohr. Die Klammer hier noch. Ich muss uns schauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Äh, ja. Das kann ja spaßig werden. Na dann. Spazieren wir da mal rein. Das ist ein Lüft. Wie geht's da noch nicht? Oha. Einfach den Blutspuren folgen. Einfach den großen Blutflecken. Das kann schon schief gehen. Das kann schon schief gehen. Kannst du da was tun, Aiden? Mal schauen. Oha. Das kann ich hör. Das kann schon hin. Das kann schon. Das kann schon wieder. Das kann schon gehen. Und, wenn es mir geht's nicht gut ist. noch nicht ich bin manchmal gar nicht sicher wie diese störung hier ja ich ist manchmal noch ja 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 ungefähr so das klappt wohl noch nicht ganz linke Mast ist da, rechte Mast ist da manchmal stelle ich mich ja blöd an ging mal das auf oder ist das bewusster dass wir das hier nicht ich denke mit ein bisschen ruck das muss doch eigentlich kann doch eigentlich nicht die Sache sein da sollen wir einen anderen Weg suchen den anderen Weg finde ich jetzt nicht direkt sein einen kann irgendwie das sehe ich aber auch nicht das ist eine einfache Tür, mach auf ja der Ansatz ist da Boss gegen der Tür wird schon irgendwann besiegt werden kann sich nur um Stimmung handeln ja eins ich bin blutig noch nie den Toten gesehen oder was oder was Ich sehe jetzt einen Rügel. Ich sehe einen Rügel. Ich sehe einen Rügel. Ich sehe einen Rügel. So müssen wir das machen. Das ist das Echo zu Jodys Kopf. So, oder? Oha! Das ist die hier. Können wir seine Erinnerungen begutachten. So, na dann würde ich sagen, runter. So. Dann skeet. Ich gehe mal runter hier. Ah, hier. Ich nehme genug. Ich muss mich angucken, Brücker. Ich nehme noch. Ich nehme noch eine der righte. Ach. Hä, ich nehme noch, Bord. Ich nehme mich auf. Oh, nur noch mehr Tod. Da drin! Rein geht's. Kann hier noch schlimmer werden. Oh, scheiße. Zombie. Warte, falsch. Nicht umdrehen. Warte, gehen. Oh, scheiße. Die Jumpscares hier sind draußen. Hey, wie gescheußen. Versuch's bitte von der anderen Seite. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Es heißt hier in dem Backofen. Ich hoffe, die Tür geht nicht wieder zu. Oh, scheiße. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Okay. Okay, nee, träg ich keinen Krieg hin, war inzwischen. So, müsste es gehen. Ich bin dabei. Oh, scheiße. Auch die Tür. Und jetzt kommt es nicht wieder. Ego. Oh, scheiße. Ich bin dabei. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das kann aber auch nicht gesund sein, wenn man das so oft macht, der Serverraum. Da entlang. Und wir hier ein Stück langsam, oder was? Ich glaube, da müssen wir durch. Ah, hier ist es. Da müssen wir hin. Potente Konzentration von Energie, die verwenden wir zum Öffnen eines... Okay, wir müssen uns mal mit einruhen. Okay. Ich bin so weit, da. Ich bin so weit, da. Will you find a Snack-Automaten? Ich schaffe es nicht mehr! Ich glaube die erste Fehler ist sie anzugreifen. Das ist vielleicht nicht gut, was die Soldaten natürlich nicht verstehen. Sie schießen sofort los. So ein fremdes Wesen, was in diese Welt kommt. Damit kriegt Leute aus dieser Welt, die Wesen aus dieser Welt, die wollen mir wehtun. Tja. Ist irgendwie fast verständlich, dass da... Das ist einfach verständlich. 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 Oh, ha! Ja, 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 ja! Aber nicht schütze ich. Untertitelung des ZDF, 2020